Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf. An meiner Seite begrüße ich unseren Cheftrainer Olaf Janssen, den Mannschaftskapitän Romain Bregerie, seinen Stellvertretern Slatko Dedic, Christian Fjell, Sebastian Schupan und Toni Leister. Ja, Trainer, zu Beginn an Sie die Frage, vielleicht können Sie uns kurz erklären, wie es zu dieser Auswahl der fünf Spieler kam und wann das geschehen ist und warum wir die heute hier präsentieren. Ja, sehr gerne, hallo zusammen. Ja, ich sage mal, in der ersten Woche des Kennenlernens und der Zusammenarbeit wächst natürlich dann auch beim Trainer das Gefühl, gewisse Entscheidungen zu treffen, nicht nur für den Trainer, sondern vor allen Dingen auch für die Mannschaft. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass die Mannschaft auch intern Spieler hat, die Verantwortung tragen, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes und zumal es ja in der Vergangenheit hier diesbezüglich so ein kleines Vakuum gab, sozusagen habe ich natürlich jetzt auch im Vorfeld dieses Spiel gegen Düsseldorf versucht, die Dinge festzuzurren. Ich habe mich für den Roman entschieden als Kapitän, weil er ein sehr spielintelligenter Spieler ist, der das Spiel von hinten lesen kann, der den Jungs sicherlich viel mitgeben kann, was Spielstrategie betrifft. Er organisiert die Abwehr und ist sicherlich auch als Persönlichkeit in dieser Mannschaft sehr anerkannt und auch bei mir. Er ist sicherlich auch Verbindungsglied, ich will es mal so ausdrücken, der noch vorhandenen Sprachbarrieren, die da sind und sicherlich auch in dieser Funktion wichtig für die Mannschaft. Slavko habe ich als Stellvertreter für ihn ausgewählt, weil ich auch einen brauche aus der Abteilung Attacke. Er bringt sehr viel Erfahrung mit, ist auch ein sehr mannschaftsdienlicher Spieler und bringt sich auch innerhalb der Gruppe sehr ein und spricht eben auch die deutsche Sprache, was ich als extrem wichtig ansehe. Ja und die drei weiteren Vertreter wurden von der Mannschaft gewählt. Am gestrigen Abend in einer Wahl haben die acht jüngsten Spieler sich für den Toni Leisten entschieden und die 17 anderen Spieler, die dann noch über waren, haben sich für den Christian Fjell und für den Schuppi entschieden, die sozusagen diesen Mannschaftsrat dann kompletieren. Und ich habe auch schon mit den Jungs die erste kleine Sitzung gehabt heute Morgen, will mich einfach auch mit dem Mannschaftsrat wöchentlich austauschen, in einer lockeren Runde eben über die Dinge sprechen, die unsere Arbeit betreffen, Dinge, die innerhalb der Mannschaft diskutiert werden, ein Problem werden und wir werden dann versuchen, das gemeinsam dann zu lösen, dass wir dann wieder den Blick frei haben für die wichtigen Dinge und auch die anderen Spieler haben eben innerhalb des Mannschaftsrates immer einen Ansprechpartner, den sie ansprechen können, mit dem sie dann auch Dinge besprechen können und ich denke, das ist einfach wichtig. Und der Grund, warum wir dann heute hier auch gemeinsam auftreten, ist einfach, weil ich denke, dass es wichtig auch für die Fans und für das Umfeld ist, dass sie auch einfach sehen, dass es einen Schritt vorangeht und wir auf der einen Seite aber auch Geschlossenheit zeigen und sagen, ja, wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen und bereit, alles dafür zu tun, Schritt für Schritt wieder den Tabellenplatz zu verlassen, den wir zurzeit noch innehaben. Vielen Dank, Romain. Der Trainer hat dir ja mit der Entscheidung sein Vertrauen ausgesprochen. Wie gehst du jetzt mit deiner neuen Rolle als Mannschaftskapitän um? Also ich bin sehr froh mit dieser Entscheidung und ich habe immer ein bisschen probiert, mit jeder zu sprechen. Also das ist auch für mich einfacher mit dieser französischen Gruppe zu reden und sie sind noch nicht ganz bereit, mit einem gutes Deutsch zu sprechen, aber das wird schnell. Also ich probiere immer mein Bestes zu machen, am Platz und außen. Also das ist für uns nicht so ein ganzes Ding. Wir müssen jeder, nicht nur diese fünf, aber die ganze Mannschaft muss helfen, muss seine Arbeit gut machen und nur so können wir besser agieren. Also ich bin sehr froh, aber jeder muss seinen Teil haben, nicht nur den Kapitän, nicht nur die Mannschaft Rath, aber jeder. Also wir haben jetzt diese kleine Relation mit dem Trainer und wir werden das am besten tun und wir sind jetzt bereit, das zu machen, aber das ist, wie gesagt, jeder muss seinen Teil haben. Vielen Dank auch dir. Jetzt machen wir einen kleinen Ausblick auf Düsseldorf und dann gebe ich die Fragen an euch weiter. Trainer, mit welchem Kader geht es nach Düsseldorf, wenn Sie das schon verraten wollen, beziehungsweise welche Spieler stehen zur Verfügung? Ja, also neu zur Verfügung sozusagen zu den Verletzten, die wir ja nun zu beklagen hatten oder immer noch haben, ist Philipp Trojan heute oder gestern zum Training dazugestoßen. Aber für ihn käme sicherlich noch dieser Einsatz in Düsseldorf viel zu früh, sodass er noch hierbleiben wird. Die Entscheidung, wie der Kader aussieht, haben wir eben getroffen. Einfach nach den Eindrücken, die ich halt gewinnen konnte in den letzten acht bis zehn Tagen. Und von daher haben diese Leute, die wir ausgewählt haben, mein absolutes Vertrauen und den Glauben daran, dass wir eben in Düsseldorf so auftreten werden, dass wir keine Angst haben, sondern daran ansetzen, was wir am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach auch schon begonnen haben. Da bin ich sehr zuversichtlich und voller Hoffnung, dass es ein gutes Spiel von unserer Seite aus wird. Vielen Dank soweit. Jetzt sind wir immer Zeit für Ihre und eure Fragen, sowohl zum Thema Mannschaftsrat als auch zum Thema Fortuna Düsseldorf. Mit der Bitte um ein kurzes Handzeichen. Jan Franke bringt das Mikrofon und dann legen wir. Herr Hansen, habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie bewusst die jüngeren Spieler extra einen Vertreter wählen lassen haben? Und wenn ja, mit welcher Begründung? Was ist Ihnen daran so wichtig? Ja, genau. Das habe ich bewusst gemacht, weil ich sage mal, auch die jüngere Generation einfach auch im Mannschaftsrat vertreten sein sollte, weil die Jungs sind ja Teil unserer Mannschaft, unabhängig vom Alter. Und deswegen wollte ich einfach, dass auch wirklich die Jungen dann auch in ihrem Kreis einen Ansprechpartner haben, denen sie ihre Probleme oder wie auch immer besprechen können. Denn die Interessen, ich sage mal, eines 17- oder 18-Jährigen sind ja doch ein bisschen anders zu einem 30-Jährigen zweifachen Familienvater als Beispiel. Und dann hat man dann doch zueinander dann einfach einen besseren Draht. Das war der Hintergrund. Herr Hansen, bis jetzt war offiziell der Kapitän Michael Poté. Der fehlt jetzt hier in der Runde. Gibt es da von Ihrer Seite eine Begründung oder eine Erklärung dafür, warum Sie sagen, also ich habe mich jetzt in diesem Moment eben gegen ihn für eine andere Variante entschieden? Sicherlich haben Sie sich ja darüber auch die Gedanken gemacht. Ja, überraschenderweise ja. Ja, ich meine, ich habe das eben eigentlich schon in meinen Ausführungen angedeutet, wo ich gesagt habe, dass ich jemanden aus der Abteilung attacke möchte und mich deswegen für den Slavka entschieden habe. und zwar ist das keine Entscheidung gegen Mika Poté, sondern eine Entscheidung für die Mannschaft. Ich habe gesagt, dass es wichtig ist, dass der Kapitän oder der Vizekapitän der deutschen Sprache zumindest fließend mächtig ist. Und das ist bei Mika einfach nicht der Fall. Und wenn ein Kapitän auf dem Platz ist und er kann sich kaum mit seinen Spielern unterhalten und abstimmen, dann ist es ein Hemmschuh. Und ich glaube auch, dass der Mika das bedrückt hat, auch in den letzten Monaten und Jahren, hätte ich jetzt fast gesagt. Das war eine schwere Last, wenn man als Kapitän auf den Platz geht und weiß, ich kann meinen Mitspieler schwer erreichen. und ich habe ihn da eigentlich eher mit dieser Entscheidung, glaube ich, ein bisschen Druck auch weggenommen. Und aus diesen Beweggründen habe ich diese Entscheidung dann auch so getroffen, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. Noch eine Frage hinterherstellen. Sie haben den Kapitän und den Vizekapitän bestimmt den Mannschaftsrat wählen lassen. Gibt es dafür auch eine Begründung? Also wollten Sie zumindest für sich das Recht rausnehmen, dass Sie sagen, den Kapitän lege ich fest, der Rest ist mir egal oder wie ist das zustande gekommen? Weil das hatten wir in der Form jetzt hier noch nicht gehabt. Der erste Teil ist richtig. Da habe ich für mich festgelegt, ich möchte meinen Kapitän und meinen Vizekapitän festlegen. Und der zweite Teil ist falsch. Es ist mir überhaupt nicht egal, wer Mannschaftsrat ist, sondern die Intention von mir war, dass es aus dem Kreise der Spieler kommt. Aus dem Kreise der Spieler, die ihre Leute wählen. Und ich habe auch das in Anführungsstrichen als geheime Wahl machen lassen, weil ich einfach wichtig finde, dass es wirklich Vertreter der Mannschaft sind, die dann auch in diesem Mannschaftsrat ihren Platz haben. Und das war der Grund. Und das habe ich ganz bewusst zugewählt. und es ist mir in dem Fall auch dann, wie gesagt, nicht egal gewesen, sondern im Gegenteil. Ich wollte einfach, dass es aus der Mannschaft kommt. Herr Janssen, Sie haben ja auch heute nochmal betont, wie wichtig es ist, dass die Spieler alle gut Deutsch sprechen. Haben Sie jetzt schon Maßnahmen eingeleitet, um das Deutschlernen bei denen, die hier noch Probleme damit haben, schnell auf rankommt? Weil es gibt ja durchaus Spieler, die schon länger hier sind, wo es nicht so geklappt hat. Ich weiß nicht, haben Sie da neue Ideen schon was in die Wege geleitet? Habe ich, aber habe nicht ich, sondern haben wir gemacht. Wir haben Entscheidungen getroffen. Wir haben zusammen dieses Problem erörtert und besprochen und gemeinsam entschieden, wie wir damit umgehen. Ich weiß, dass der Schuppi schon das ein oder andere Wort ans Flipchart geschrieben hat, für seinen Vordermann und für die anderen, was er gerne hätte, was er verstehen würde. Und wir werden, und das ist auch der Wunsch von den nichtdeutschsprachigen Spielern gewesen, wir werden ab kommender Woche mit Sprachunterricht beginnt, zweimal die Woche, 90 Minuten. Und wir, wir Deutschen, in Anführungsstrichen, werden auch die Jungs dabei unterstützen, weil es keine Einbahnstraße ist, sondern wir müssen auch den Jungs Hilfestellung geben und Unterstützung geben. Das werden wir machen, aber wie gesagt, das Ganze habe ich nicht bestimmt, sondern das haben wir gemeinsam erarbeitet, denn auch nur, wenn das der Wille und der Wunsch auch von den Spielern selber ist, und auch von der Mannschaft, dann kann es auch mittelfristig in die Tat umgesetzt werden, wenn da hier vorne einer sitzt und das bestimmt, ist noch lange nicht gesichert, dass er umgesetzt wird. Deswegen war mir wichtig, dass es auch aus der Mannschaft und von den Spielern selber kam. Und das war so und deswegen bin ich auch sehr zuversichtlich, dass wir das mittelfristig deutlich verbessern können, als es jetzt ist. eine Frage an den Jüngsten in der Runde und an den Ältesten und zwar die gleiche Frage, Toni und Christian, wie muss man sich die Arbeit eines Mannschaftsrates aus eurer Sicht vorstellen? Was kann man da bewirken? Was kann man da tun? Also ich glaube, das ist kein Hexenwerk. Ich meine, das ist nun mal eine Gruppe, die zwischen dem Trainer und der Mannschaft einfach, ich nenne es jetzt mal, vermitteln, wo sich einfach unterhalten wird, wo der Trainer einfach mal reinhört, wo die Mannschaft einfach mal was, wenn es irgendwas gibt, sich äußert, wo man vielleicht mal mit dem Trainer dann drüber spricht. Also jetzt, nichts Weltbewegendes. Ich kannte das bis jetzt immer so, dass es so etwas gibt, hier in letzter Zeit nicht mehr so. Deshalb, wie gesagt, einfach eine Gruppe, die zwischen Mannschaft und Trainer Sachen zum Tragen bringt, die vielleicht den einen oder den anderen in Anführungszeichen stören oder die er halt einfach mal äußern will.